Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Sims 4. Letztes Mal haben wir die Kuhpflanze gesucht und haben sie auch gefunden und haben sie natürlich auch gleich hier eingepflanzt. Und so wie es aussieht, fängt sie auch schon an zu wachsen. Kuhpflanze ist normal. Sieht doch schon mal gut aus. Bewässern müssen wir nicht. Jeden auch nicht. Na dann sieht alles gut aus bei der Pflanze. Ja. Cassidy und Tim sind noch arbeiten, aber Oli ist zu Hause. Aber der ist auch todmüde, deswegen muss er auch gleich nach dem Duschen ins Bett. Können wir halt nicht viel mit ihm machen. Ja, dann beschlägen wir mal. Ja, sehr unwohl. Da muss er auch schlafen. Hm, wann kommt denn? Irgendwann Tim ist zu Hause und hat Hunger. Hm, hm. Ah, hier, die neuen Rezepte. Tortillas mit Soße machen. Ja, nein. mercynern founds du schlau knall die Küchen... die Kühlschranktür zu und schneid dir einen Finger! Meine Güte! Baden, weil er entspannt ist. Ja, da müssen wir erstmal ein Bad... äh... eine Badewanne. Wir können ja mal eine kaufen. Eine Badewanne, da müssen wir erstmal gucken. Ja, leider ist kein Platz für ein... da muss ich erstmal gucken wegen dem Bad. Äh... das war hier. Äh... bei... ja, hier beim Badezimmer und eine Badewanne für 250. Nehmen wir erstmal die billigere hier. Wieso machen die mehr geht? Epicur, aber die ist richtig teuer. Wir nehmen erstmal die hier in rot-weiß. Ähm... und kann nicht platziert werden. Irgendwas muss hier... kann... ein... was kann... keine anderen Objekte überschreiten. Okay, dann können wir's doch nicht platzieren. Egal. Ähm... Tja, da kannst du doch leider nicht Bahn gehen. Tim! Ja, schneid der den Finger ab, Mensch. Die Menschen bis schon, äh... in der Fähigkeit... im Kochen... schon ein bisschen besser, aber man kann es aber eigentlich richtig... Rühren. Mensch. Ja, mein Hund fällt gerade. Egal. Ist lebensäglich. Sieht doch nicht schlecht aus. Ja, das ist super. Oh ja. PPS... Oh ja. Ah, das war ja jetzt PPS, wozu? Ah, das war ja. Ja, das war ja. Ja, das war ja. Dorf, den Sieht doch nicht. Keine schraubt. Ich hab jetzt das nicht. Noch nicht kein Po. Das ist das hier. So, dann gehen wir mal... Äh, was müssen wir für die Arbeit machen? Programmieren muss man immer noch üben. Man kann auch mal vier was... Oh, Rechnung bezahlen. Post bekommen! Wir haben Post bekommen! Mensch! Ähm, bla 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 bla. Dann kannst du die... Ach, ne, das war die Rechnung. Egal, dann mal programmieren üben. Hier geht's der Kuhplankung. Immer noch normal. Hier geht's immer noch gut. Cassidy's müssen arbeiten. Na, meistens können wir schon hier. Ja, es ist vorbei! Ja, da kann ich jetzt noch ein bisschen spielen. Spiele, spielen. Bestellung. Entschuldigung, ich will kaum kriegen. Teile für Elektro. Okay. Sport, Spaß, Spiel. Das kann man doch mal. Das ist, glaube ich, was Neues. Ja, das gab's vorher noch nicht. Hm. Kann ich jetzt Fußball spielen. Oh, Mensch. Ah, ja, das hat er getroffen. Torrrt, torrrt. Kalkett! So, dann reicht das erstmal mit dem Spielen und du gehst erstmal auf die Toilette. Und dann kannst du irgendwie noch ins Bett gehen. Faules Nickerchen. Reisen? Ne, dann kommen wir mal weg. Dann kommen wir ruhig weiter. Weg. Kalkett! Cassidy wird eigentlich gleich nach Hause kommen. Und hier geht's genauso unwohl wie... Wie... Oli... Geh erstmal was essen. Was? Wargup! Oh shit! Oh shit! Ja, dann kannst du auch noch duschen gehen. Und dann wird's auch für dich Zeit ins Bett zu gehen. Mensch, bei mir gehen die alle hier zu. Ach, keine Ahnung. Ja, was ich noch sagen will... Es kommen jetzt nicht mehr... Es kommen jetzt nicht jeden Tag so Videos, weil ich jetzt auch noch viel in der Schule machen muss. Und... Und ich hoffe das stört nicht. Aber ich kann mal so jeden zweiten Tag so ein Video hochladen. Weil ich... Ja, das würde ich nur sagen. Ich würde von der Ahnung nicht mal diesen Tag nicht so planen. Ja, da ist die ganze Zeit nicht so gut. Na, dann geht's recht hier. Dann geht's. Dann geht's. Ja, da ist die ganze Zeit. Ja. Dann geht's gut. Dann geht's gut! Dann geht's richtig. Dann geht's gut. Komm komm! Komm! Tschüss. So, damit wir meinen Geist noch mal abt. Ach nee, die Spiele kommen erst zum Vorschein, wenn man ein, äh, was war das, ein, ähm, diese Geschicklichkeit da, ja, neigrig, und die Dusche. Oh, toll, Olli, was heißt das? Wart mal, bis Tim auch wach ist. Ja, jetzt kann man sie mal einsetzen. Irgendwie kommt ja auch immer nie eine Hauptputzfrau, obwohl wir die gestellt hatten. Nee, halt, halt. Ich guck mich, halt auch mal. Hier, den Fisch von Olli, kann man auch nehmen. Immer noch Praktikant, so, wir müssen noch mit mehr Sims über den Weltraum schwärmen. Ich glaube, den ist auch wegen, weil den ist auch wegen. Ja, ist dann wie so weg. Und das Klo stinkt. Irgendwas ist hier noch kaputt. Irgendwas ist hier noch kaputt an der... Ich glaub, es ist... Oh, Note ausreichend. Morgen schreibt Olli seine wichtige Raumgeografie-Prüfung. Wenn er die nicht besteht, wird er niemals von der Flugschule angenommen. Aber er hatte den ganzen Tag zu tun und konnte nicht lernen. Soll er die ganze Nacht durchbüffeln oder es lieber ruhig angehen lassen, sich ausruhen und das Beste hoffen? Oh, ja, Büffeln. Oh, muss auch mal besser werden. Oh, Leichtverschwebe, oh, egal. Oh, Leichtverschwebe, oh, egal. Geste, die... Guck mal, wie es der Pflanze geht. Nicht so gut. Die muss bewässert werden. Kannst du das mal machen hier. Und du wirst mal sehen, wie es bewässert wird. Schön gießen, schön gießen, damit sie auch schön weiter wächst. Die Kuhpflanze. Ja... Jetzt geht's hier, glaub ich auch... Ja, sie ist wieder normal. Es geht hier wieder besser. Ba-dunse. Da-da-da! Ja... W-OH! 教o logosist qu bakalım.. Kommips die sehen mit! De rejecti! Komm! Ja... Komm! 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 Ja, sie muss wieder spielen. Sport, Spaß, kann sie auch schon machen. Gewöhnliches Tuning-Time. Ja, und wohl. Und bei uns ist auch alles kaputt. Ohhhh. Wer ist jetzt mal einfach zu gehen? Ich hab' gebraucht, dass ich zu berühren. Ja, wir sind dann. Keine Ahnung. Klaulern mit Bella Rusl Olli ist zu Hause Ey, wir können uns auch gleich mit Olli unterhalten Tagfragen Halt aber mal auf, ich gucke gleich hin Ähm, über Problemscherz Lass die Geschichte erzählen Damit sie auch wieder so ein bisschen der Sozialsteig Über Witz über Pinguine erzählen Überspielstadt dagegen diskutieren Äh, die Kuhpflanze Ja, die Kuhpflanze Ja, die Kuhpflanze Ja, aber jetzt sind das fertig Bei Olli Ja, die Kuhpflanze Verantwortlich Ja, zwei Sauчив das Essen Mmm Wir machen so also der Schlafkehre lieben meistens Katzen von Hauskommens der nach Musik wenn wir so Sportgeräte draußen stehen hier ist hier in Das war's für heute. Spiel, spiel, spiel! Das reicht! Dann gehst du gleich auf Toilette und kochst mal ein Spektomatensaluschen. Dann gehst du noch ein bisschen mit Cassie und da... Besser noch das. Das ist eigentlich nicht. Hey! Oh! Es ist eine Gouw! Oh! Oh Gott! A B? Na. Na, 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 na. Ist es positiv? Ja! Oh, ja! Oh! Oh! So, da geht sich über! Wetter! Ja! Das Wetter ist perfekt zum... Schränke verschieden. Oh, weißt du wie warm es heute ist? Ja! Der... Geh an! Ja! Das Wetter wieder! Und der Wöl! Wöl, wöl, wöl! Wöl! Ja! So! Schönen Schlaf gehen! Ich hab die Cassidy dann gleich mal vor mir! Ja! 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 Ich hab die Appetit! Wieso geht das nicht hier in den Kühlschrank? Ja teils! Äh, aufräumen! Die Und Nicht kochen Öffnen Und Ja, Specksalat essen Und Javi Ja Jau die 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 dann würde ich mal sagen das war's wieder mit diesem Part und wir sehen uns im nächsten bis dann, ciao!